Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Ich bin der Vpriest zurück. Und den Feind vernichten, schlagen. Offenmann. Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Willa! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Es ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können es sich eben im Gegensatz zu Fahnen nicht leisten. Jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Musst er dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Partei in Ihnen erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertraue auf unser Steck. Vertraue auf Deutschland. Vertraue auf uns. Folt! Kerz, los geht's. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Ambis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton Heinz, vorrücken uns unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton Heinz, rücken Sie und gehen zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton Heinz, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton Heinz geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu leeren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir laden uns bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen Ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. Im Gehfeuer eröffnen. Fenster im Auge behalten. Da, Fenster im Auge. Fenster im Auge. Wir brechen durch. Station voraus. Alle Mann bereithalten. Wir sind in Reichweite. Feuer erwidern. Ah! 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 Sieht gut aus. Anton Heinz an Oberkommando. Schienen sind frei vom Feinden. Gute Arbeit, Anton Heinz. Sie erwunten gegen einen Sieger, hatten Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt nach der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl. Schönen, Sie rücken vor. Bestellen Sie die Treffer. Sie sind hier ausgeschaltet. Schönen Sie die Treffer. ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Das spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigungen. Nein, das Fahrzeug. Wie kommen Sie von der Kärz? Ich hab's gleich. Sie fliegt! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, hm? Artillerie! Anton Heinz! Feindliche Artillerie aus dem Hauptplatz! Sofort vorrücken und zerstören! Befehl bestätigen, Hartmann! Jawohl! Oberkommando ja, Anton Heinz! Befehl bestätigt! Brücken jetzt zum Ziel vor! Sofort! Sofort! Sofort!